Ich habe die Ehre. In diesem Videobeitrag geht es darum, wie du Werbung schaltest und wie du sie erfolgreich gestaltest, damit du Kunden bekommst und Aufmerksamkeit für dein Angebot erwächst. Wenn du als Coach oder Consultant, als Berater, Unternehmer unterwegs bist, es fehlt dir der klare Durchblick und der Prozess, wie du Werbung schaltest, was du für Werbung schaltest und wie du genau deine Kunden erreichst, dann liegt es sicherlich daran, dass du auch keinen Plan hast und keinen Bezug zu der Art und Weise, wie du diesen Traffic gestaltest, der auf dein Angebot Aufmerksamkeit bringen soll. Mir ging es auch so, vor zwei Jahren, wie ich angefangen habe, mein Coaching-Geschäft aufzubauen, habe ich mich darauf verlassen, dass für mich auch die Methode funktioniert, die mir meine damalige Coachin nahegelegt hat. Und zwar war das die Möglichkeit, über Facebook, über eine Facebook-Gruppe an Kunden zu kommen. Jedoch hatte ich schon damals keinen wirklichen Bezug zu Facebook und ich fand den auch, ja, ich war nie so ein Fan von Facebook, ich hatte, ich hatte zwar viele Freunde, aber nicht wirklich die Affinität, regelmäßig Posts zu machen, Beiträge zu schalten und besonders Mitglieder in meine Gruppe einzuladen, damit man entsprechend die Leute findet, die dann auch Interesse haben könnten an meinem Thema. Damals ging es um interkulturelle Partnerschaften. War es notwendig dann auch, dass ich in anderen Gruppen unterwegs bin, dort Werbung mache für meine Gruppe oder auch in anderen Internetforen zu dem Thema. Fand ich irgendwie umständlich und ist natürlich auch nicht unmittelbar dann erfolgsversprechend, weil man erst die Leute für seine Gruppe gewinnen muss und wenn dann Personen, die vielleicht Interesse haben könnten, aber keinen Facebook-Account haben, fällt halt dann dieser Weg weg, diese Möglichkeit, die Menschen dann auch entsprechend zu sich zu ziehen und einem folgen zu lassen. So, das hat sich dann irgendwie über Monate hingezogen. Der Erfolg blieb aus. Ich habe viel Arbeit reingesteckt, viele Videos gemacht, viel Zeit auch damit verbracht, meine Gruppe am Leben zu halten, den Leuten zu helfen, Menschen zu finden, die Interesse haben, Themen zu finden, die von Interesse sein können. Aber, ja, meine Erwartungen waren zwar hoch, aber irgendwie war der Erfolg dann, wie gesagt, war nicht existent. Aus dem Grund habe ich dann ein bisschen angefangen zu verzweifeln und frustriert zu sein, habe mich dann auch anderweitig umgeschaut, bin dann über weitere Coaches, die die ähnliche Strategie gefahren haben, habe ich dann auch gemerkt, dass irgendwie speziell im deutschen Raum alles über Facebook-Gruppen läuft. Aus dem Grund habe ich mich dann abgewandt vom deutschsprachigen Coaching-Bereich und habe mich hingewendet zum englischsprachigen. Bin dann zum Beispiel, habe mich dann ein bisschen mit J.T. Fox beschäftigt und bei einem Event von J.T. Fox habe ich dann einen französischen Coach kennengelernt und der hat mir dann gezeigt, dass es eben eigentlich egal ist, welche Art von Werbung ich denn genau mache, wo ich meine Videos, wo ich meine Beiträge, auf welcher Plattform ich sie genau zur Schau stelle, wie ich sie weitergebe an die Menschen. Das Einzige und allein, was zählt, ist, dass die mit mir im Einklang sind, dass sich stimmig für mich anfühlt, dass ich Spaß dabei habe, aktiv zu sein in diesen Bereichen. Und ja, was hat mich im Endeffekt verdeutlicht, was ich auch innerlich gefühlt habe, dass der richtige Prozess, die richtige Herangehensweise, ein klarer Plan, dem ich schon immerhin hinterhergelaufen bin, dass der mir gefehlt hat, der auch für mich ansprechend ist natürlich. Und letztlich ist mir bewusst geworden, dass wenn ich in meiner Energie bin, wenn ich mich wohlfühle, mit der Art von Arbeit, die ich leiste, wenn ich die Hilfestellung entsprechend anbiete und mein Angebot durch die richtige Art und Weise, durch die für mich passende Art und Weise, wenn ich die so darstelle, mein Angebot beziehungsweise oder meine Videos auf natürliche Weise rüberbringe, dann kommt das am besten bei den Leuten an. Und ich habe da auch viel mehr Rückmeldungen oder positive Rückmeldungen bekommen, seitdem ich Dinge so mache, wie sie sich für mich gut anfühlen und natürlich geht es nicht von heute auf morgen, sondern es war ein bisschen Experimentierzeit da mit dabei, es war ein bisschen eine Abenteuerlust, Abenteuerlust habe ich gebraucht, um zu verstehen, was denn genau jetzt so der richtige Weg für mich ist. Und letztendlich lege ich dir das auch nahe und versuche dir jetzt nur kurz zu sagen, dass es eigentlich von dir abhängt, wo du dich dann am wohlsten fühlst, auf welchem sozialen Netzwerk, sei es jetzt über YouTube, du kannst über Facebook eine Gruppe machen, du kannst Instagram-Posts machen. Wenn du keine Lust hast, Videos zu machen, kannst du natürlich auch Menschen erreichen, indem du Werbung schaltest, indem du Texte schreibst, Bilder postest, mit deiner Botschaft daran gehängt. Oder, was natürlich auch möglich ist, momentan ist es gerade nicht so günstig, aber generell ist es natürlich auch die simpelste und direkteste Art, Menschen auf sich Aufmerksamkeit zu machen, ist, indem man sich unter deine Zielgruppe mischt. Du weißt, wenn du weißt, wen du ansprechen willst, dann gibt es Möglichkeiten, jetzt auch gerade virtuell, dass man sich in Clubs anmeldet, dass man auf Foren geht, dass man auch in Chats teilnimmt, mit Leuten, die einem nahestehen, die dem Zielskunden mehr oder weniger entsprechen und so über Gespräche, über die natürliche Art und Weise, ihnen auch Hilfestellung bietet und Hilfestellung gibt und so Menschen auf sich Aufmerksamkeit, auf sich aufmerksam macht und ihnen auch schon gewissen Mehrwert leistet, Mehrwert bringt. Also, ich sehe das ganz locker, man darf sich nicht so fixieren auf einem bestimmten Weg, der Prozess ist immer ähnlich, es geht darum, dass man sein Angebot präsentiert, dass man Menschen damit hilft, aber wie man es genau macht, ob man es jetzt über Videos macht, über Texte oder auf die persönliche, direkte Art, interpersonell, Mensch zu Mensch, das ist eigentlich dir überlassen, das wollte ich dir jetzt mitgeben hier, als Nachricht. Es hängt immer davon ab, dass man einen richtigen Prozess hat, der funktioniert, der erfolgreich ist, der schon seine Früchte gebracht hat und wenn dir das klar ist, dass es dir überlassen ist und es sich wirklich mit dir stimmig anfühlen darf, welche Art und Weise von Werbung du schaltest, du unternimmst, du generierst oder den Traffic, wie man ihn auch nennt, dann wird es früher oder später von Erfolg gekrönt. Wenn dir das Video geholfen hat, wenn dir das geholfen hat, auch deine Sichtweise zu ändern zum Thema Werbung, ich hoffe, es hat dir auch den Druck weggenommen, dass du dich nur auf eine bestimmte Art und Weise von Traffic fokalisierst, sondern vielleicht jetzt wirklich auch mal andere Dinge versuchst, dann setz doch gerne ein Like unter das Video, teils mit Personen, die sich auch damit beschäftigen oder denen es weiterhelfen kann und abonniere auch gerne meinen Kanal, wo noch viele andere hilfreiche Videos hoffentlich drin sind für dich, die dir helfen, dem Erfolg näher zu kommen und wenn du willst, kannst du natürlich auch gerne deine Erfahrung teilen und schreib es einfach in den Kommentar unter das Video Ich würde mich freuen, bringt mir auch einen Mehrwert, in dem ich weiß, was dich beschäftigt und auf welche Themen ich vielleicht noch näher eingehen kann. Das war es für heute, für dieses Mal. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute bei deinen Unternehmungen. Bis dann. Ciao. Bis dann. Das war's.